Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Dismas ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornistennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeregelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Kommt zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. So, Kapitel 7. Licht aus. Wir haben den Kruzifix und müssen jetzt abhauen. Das ist natürlich... ...bisschen blöd, da ich nicht weiß, wie man hier abhaut. Aber wir folgen einfach mal dem Weg. So, wahrscheinlich müssen wir da rüber. Äh. Äh. Bei Gefahr entdeckt zu werden, fühlt sich die weise Bedrohungsanzeige. Oh. Gelb bedeutet, die Gegner untersuchen, was sie zu sehen geglaubt haben. Halten sie sich aus dem Sichtfeld von Gegnern heraus, um getan zu bleiben. Okay. Haha. Gott, das wird was. Bei meinem Spielstil. So, dann bleiben wir mal unentdeckt. Oder versuchen es zumindest. Ich vermute mal, wir müssen... ...hier lang. Sieht zumindest dann noch aus. Okay, da würde es runtergehen. Wow. Davon stirbt der Boy. Wow. Dann müssen wir halt da hoch. Tschüss. Ich dachte tatsächlich, wir müssen da runter. Naja, gut. Habe ich mich wohl geirrt. Ist da unten irgendwas? Nein. Hier oben auch nicht. Gut. Ich muss an dem irgendwie vorbei. Oha, das... Boah, wie viele. Ähm. Runter, runter, runter. Komm, bei dich. Drake. Dein Ernst? Dann von mir aus so. Okay, ich hoffe der... Ne, die scheinen nicht nach unten. Oh, gut. Das nutzen wir aus. Kann ich hier... Oh, ja, kann ich. Ah, ich seh schon. Wir müssen hier rüber. Oh, ne, das... Das sollte funktionieren. Okay. Ich muss erst mal so ein bisschen die Gegend erkunden. Das alles ist nicht ganz so einfach hier. Ich denke, eine Waffe werden wir auch gleich bekommen. Okay. Noch alles... Im grünen Bereich. Hier rüber. Wir müssen wahrscheinlich hier drüben rein. Ja, aber gut. Könnte funktionieren, alles. Steht da einer? Ne. Dann mal aus der Deckung. Okay, die sind da drüben. Ist hier jemand? Ne. Das sind die einzigen da drüben. Anscheinend. Okay, nice, 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 nice. Oh Gott, das wird was. Ah, ja. Du bist doch ein Penner. Puh, das war... Knapp. Ich könnte theoretisch da rüberspringen. Ah, ba, ba, ba. Komme ich hier hoch? Ne, aber ich komme hier hoch. Wow. Wir müssen uns aber beeilen. Jetzt kann ich hier hoch. Nice. Da müssen wir hin? Alles klar. Auf geht's, Drake. Komm, da kommst du hoch. Ah, ich will da gar nicht rein. Zu spät. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Digga. Du weißt genauso gut wie wir alle, dass das nicht funktionieren wird. Zu 100%. Wir schauen uns mal kurz um. Vielleicht gibt's hier noch was, aber... Ups. Das war unpraktisch. Ja, mal gucken, wie viele Leute hier draußen jetzt warten. Bestimmt nur ein paar. So viele werden's schon nicht sein. Oh, toll. Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie's keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen... Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Alter, die sieht aus, als hätte sie... Oh, Mann. Der krasse Oberrahmen, als ich, äh... Oh mein Gott, Oberschenkel. Gut, hauen wir sie halt tot. Huh. Ehe, andere Wahl hab ich sie gar nicht. Alter. Huh. Etwas konkreter, es gehört nicht Ihnen handeln. Handeln wir doch mal. Wussten Sie, dass alle Artefakte hier gestohlen sind? Die gehören in ein Museum. Man hat nicht mal die Zeit gescheit auszuwählen. Das nervt mich so ein bisschen. Ich konnte nicht einmal gescheit auswählen. Wir werden mit unentschieden. Oh Gott, ey, die hat richtig Bock. Allein wie sie läuft. Ach, Gott. Rauswerfern... Wir machen Rauswerfen. Wir hören viele teure Sachen hier drin. Wenn Sie nicht aufpassen, werfen die uns raus. Halt, halt. Gut. In meiner Gesäßtasche. Wo ist das? Ja, Drake. Die Idee war nicht so schlecht. Okay, ich bin am Wagen. Nur zum Teufel schenkt Sie. Nur die Ausführung. Daran hapert es ein bisschen. Digga, chill. Und du? Am Ball sein. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Ähm. Bin ich jetzt falsch abgesprungen? Ist noch da rüber, oder? Nee. Okay, das war jetzt... ...für mich nicht ganz klar, sichtlich, wo ich hin muss. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt hier? Ich muss ja hier rüberspringen, oder? Ich hab deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Wir versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will hier nicht drängeln, aber wahlt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Balser. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Hä? Gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Runter ist doch keine Option, oder? Und sterbe ich. Muss doch da rüber. Wahrscheinlich von hier. Ja, das funktioniert. Gut. Ah, rundes Schild. Das hat er gemeint. Na dann. Boah. Das war knapp. So, rundes Schild haben wir. Schon mal. Oh Gott. Ah, da ist er. Oh, Alter. Dein Ernst? So, Nummer eins ist tot. Ja, ist Nummer zwei auch. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komm ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Gut, jetzt haben wir ne Schusswaffe endlich. Hier ist drauf. Da ist auf jeden Fall hin. Das ist Munition da. Victor, ich sitz hier fest. Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ah, das ist markieren, okay. Gut. Das kriegen wir auch noch hin. Okay, markieren. Noch eine Munition. Sehr geil. Da haben wir nix. Ah, da müssen wir rüber. Sehr gut, da liegt noch eine Waffe. Oh, volle Munition. Schön. Scheiße. Fuck, das sind ein paar. Ah, hinter mir. Du Wichser. Gut, ja, da oben ist ein bisschen ungemütlich. Okay, ich bin noch im... Komm nochmal hoch. Komm. Da unten. Überraschung. Gut, war recht schlecht gespielt von mir. Oh, da ist noch einer. Oh Gott, das sind ein paar. Gut, den kann ich hier umhauen, wenn wir hier stehen bleiben. Okay. Ah, die aufbrauchen wir nicht. Es müssten zwei Stück sein, wenn ich es richtig sehe. Dem könnte ich mit dem Kopfschuss erledigen, eigentlich. Bei mir ist noch ein bisschen üblichING. Okay. Ah haha. Geht doch. Okay.